hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute machen wir wieder 30 fragen innerhalb 45 minuten wir dürfen nicht mehr als zehn fehlerpunkte haben also sprich eine prüfung jetzt haben wir leider nur noch 32 minuten zeit das liegt daran dass ich vorhin etwas viel gequatscht habe aber das macht nichts das sollte auf jeden fall machbar sein ich lasse die fragen und antworten einfach wieder vorlesen und erkläre ich dann etwas dazu ich habe heute die facecam mal nach rechts oben gesetzt gerade so dass man die fehlerpunkte und die minuten noch sieht und sowas ihr könnt ihr mal in die kommentare schreiben ob ihr das besser findet oder wie in den anderen videos davor dass die facecam weiter unten war es kann sein dass jetzt bei manchen texten ein bisschen was abgeschnitten ist aber ich lasse ja vorlesen also schreibt mal runter in die kommentare was ihr besser findet oben oder unten auf meiner fahrtroute befindet sich ein tunnel was sollte ich wissen ich sollte wissen wie fluchtwege in tunneln ausgewiesen sind ich kann darauf vertrauen dass im notfall immer rechtzeitig hilfskräfte zur stelle sind ich sollte wissen wie ich mein fahrzeug abstelle und verlasse wenn ich nicht mehr weiterfahren kann also natürlich sollten wir uns immer merken in welcher richtung die fluchtwege sind da gibt es ja auch diese markierungen das ist noch mal eine andere frage das musst du auch wissen ich sollte natürlich auch wissen dass ich mein fahrzeug wie ich mein fahrzeug abstelle und verlasse das heißt im falle eines unfalls zum beispiel im falle eines brandes musst du dein fahrzeug ausschalten den schlüssel aber im auto stecken lassen das ist ganz ganz wichtig das ist auch noch mal eine frage es hat den hintergrund dass die feuerwehr oder polizei wenn es sein muss dein auto beiseite fahren kann falls es im weg steht also in dem fall ist die erste und die dritte antwort möglichkeit richtig wenn irgendwo drin steht ich kann mich darauf verlassen dass was was weiß ich es ist sowieso immer falsch sie fahren auf dieser straße außerhalb geschlossener ortschaften worauf stellen sie sich ein es geht hier um dieses verkehrszeichen dieses blaue also mit dem p für parkplatz drauf und wir haben halt schnee rechts und links am rand also müssen davon ausgehen dass es eventuell rutschig sein wird vielleicht auch nur rutschig wie die fußgänger mal sehen fußgänger laufen nur außerhalb der fahrbahn die fahrbahn ist verengt fußgänger nutzen die fahrbahn also fußgänger laufen nur außerhalb der fahrbahn es würde bedeuten dass sie durch den schnee laufen würden das werden sie höchstwahrscheinlich nicht tun also dass der gehweg der gehweg ist ja zugeschneit dementsprechend fahren sie den welch dementsprechend fahren die fußgänger auf der straße also sie gehen auf der straße okay so sie gehen auf der straße auf der fahrbahn und die fahrbahn ist verengt warum kann hier das rechts abbiegen gefährlich werden meine kreuzung rechts vor links weil keine verkehrszeichen wir haben wieder schnee auf der fahrbahn also könnte es auch rutschig werden weil fahrzeuge die aus der seitenstraße kommen beim abbremsen ins schleudern geraten können zum beispiel weil mein fahrzeug bei zu schnellem abbiegen ins schleudern geraten kann weil ich möglicherweise nicht rechtzeitig anhalten kann wenn fußgänger die seitenstraße überqueren ja richtig richtig jetzt denkst du hier fußgänger wo sollen sie denn sein da ist bestimmt ein jogger genau im toten winkel also diese antwort möglichkeit ist auch richtig auch wenn du keine fußgänger sie ist ganz ganz wichtig wenn sowas da steht dann ist das immer richtig während der fahrt in einem tunnel bemerken sie ein feuer in ihrem fahrzeug das verlassen des tunnels ist nicht mehr möglich wie verhalten sie sich ich halte möglichst weit rechts oder in einer pannenbucht und lasse den zündschlüssel stecken ich halte möglichst weit rechts oder in einer pannenbucht und schalte die warnblinkanlage ein ich halte möglichst weit rechts oder in einer pannenbucht und stelle den motor ab also ganz wichtig wir schalten den motor ab damit sich nicht einfach noch weitere giftige gase im tunnel bündeln natürlich schalten wir das warnblinklicht an das machen immer im falle eines unfalls und oder falle eines feuers und wir lassen den zündschlüssel stecken damit die feuerwehr oder polizei unser auto notfalls beiseite fahren kann eine person am straßenrand trägt eine gelbe armbinde mit drei schwarzen punkten worauf weist diese armbinde hin auf eine besondere verhaltenspflicht gegenüber dieser person auf eine behinderte person auf die zugehörigkeit zu einer berufsgruppe ja also hast du bestimmt schon mal gesehen hier am arm das ist so eine scherpe blau gelb mit drei schwarzen punkten drauf und das sagte dass es eine sehbehinderte person ist das ist richtig und sie sagt auch dass wir eine besondere pflicht dieser person gegenüber haben und zwar gibt es einen sogenannten verhaltens grundsatz der sagt dass du dich darauf verlassen kannst wenn du dich verkehrsgerecht verhält dass auch andere sich verkehrsgerecht verhalten darauf kannst du vertrauen also das ist ein verhaltens grundsatz heißt es bedeutet also wenn du rot an der ampel stehen bleibst dann kannst du darauf vertrauen dass der andere das auch tut mehr oder weniger aber bei solchen personen es gibt ausnahmen das sind kinder das sind behinderte und personen mit einem offensichtlichen fehlverhalten also die offensichtlich über diese rote ampel fahren da kann man jetzt rein interpretieren was man möchte auf jeden fall kann es sein dass diese person auch bei rot über die straße geht und deswegen kreuzen wir auch die erste antwort möglichkeit an und nummer drei ist natürlich quatsch welche fehler machen das überholen auch auf übersichtlichen und geraden fahrbahnen gefährlich die entfernung eines entgegenkommenden fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt der eigene überholweg wird zu lang eingeschätzt der eigene überholweg wird zu kurz eingeschätzt aufpassen was hier gemeint ist erste antwort möglichkeit ist richtig die entfernung des entgegenkommenden fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt würde bedeuten du siehst dass da ein fahrzeug im gegenverkehr kommt aber du denkst er ist noch sehr sehr weit weg erst also zum überholen in den gegenverkehr und auf einmal ist er jetzt schon viel näher als gedacht das heißt du hast den überholweg zu groß eingeschätzt du dachtest das wird schon noch passen aber er war dann doch schneller oder näher als gedacht damit ist das das ist bei der ersten antwort möglichkeit gemeint der eingeholte überholweg der eigene überholweg wird zu lang eingeschätzt würde bedeuten ich denke ich brauche 500 meter zum überholen dabei brauche ich nur 200 meter das wäre eigentlich gut für uns ja wir haben einen kürzeren überholweg aber das ist ja das das würde ja der frage nicht zuträglich sein also der eigene überholweg wird zu kurz eingeschätzt ist praktisch genau das gegenteil von der zweiten frage du denkst du schaffst es in 200 meter brauchst aber 500 meter so muss längere zeit im gegenverkehr bleiben und das könnte natürlich gefährlich werden wie schätzen sie die situation ein das bild haben wir im letzten video auch schon gehabt es geht um den roller fahrer oder mofa fahrer der sein bike schiebt und um die dame die in diese richtung schaut ja und wenn wir jetzt hier weiterfahren kann es sein dass die dame unachtsam zum beispiel über die straße rennt weil was weiß ich irgendwas und der roller fahrer auch irgendwas macht der fußgänger mit dem mofa kann plötzlich die richtung ändern das machte ich kann unvermindert weiterfahren die fußgängerin kann unachtsam die fahrbahn betreten also wenn du das bild hast die beiden sind sehr 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 gefährlich ist es leichtsinnig noch kurz vor einer kreuzung einen lastzug zu überholen mal überlegen ja weil der lastzug die sicht auf wichtige verkehrszeichen verdecken kann ja weil der lastzug die sicht auf den querverkehr verdeckt nein weil lastzüge meist langsam fahren ja gut also bei sowas natürlich immer dementsprechend das ankreuzen welches verhalten ist richtig das ist interessant es geht um den um vorrang du biegst ab der radfahrer oder der der fußgänger hat keine vorfahrt er hat höchstens vorrang und vorrang gilt wenn du abbiegen möchtest und dich mit dem fußgänger kreuzt das passiert in dem fall ja du biegst ab du kreuzt dich mit dem fußgänger der straße gehen möchte dementsprechend musste dem fußgänger vorrang gewähren also wir müssen warten der fußgänger darf zuerst gehen und zwar beide vor der entgegenkommenden person durchfahren weil diese warte pflichtig ist warten weil beide personen vorrang haben weiterfahren weil mich beide personen vor lassen müssen okay wir haben ein video es gibt vier fehlerpunkte a es geht um den bahnübergang das überholen innerhalb um bahnübergang ist verboten und zwar ab der ersten drei streifigen barke ab jetzt ist das überholen verboten okay du denkst du hast ja unendlich viel platz vor der fette mofa mit 25 da kannst du locker dran vorbeifahren aber es ist nicht erlaubt wie verhalten sie sich hier richtig ich darf das mofa nicht vor dem bahnübergang überholen ich darf das mofa jetzt mit ausreichendem seitenabstand überholen ich darf das mofa vor dem bahnübergang überholen sobald der radfahrer weg ist ja also darf es nicht überholen auch wenn du keine durchgezogene linie hast das ist ein überholverbot im bereich von diesem bahnübergang wie verhalten sie sich gegenüber personen welche die straße überqueren in die sie einbiegen möchten damit ist praktisch genau das hier gemeint was wir hatten also genau dieses bild beschrieben personen wir wollen in die straße einbiegen die gehen rüber den personen das überqueren der straße ermöglichen zügig vor den personen abbiegen nur dann warten wenn die personen einen gekennzeichneten überweg benutzen also geschenkte frage weil du hast sie zwei fragen davor schon gehabt und richtig beantwortet also vier fehlerpunkte auf jeden fall geschenkt was ist in dieser situation richtig gefahrenzeichen warnt dich vor einer kreuzung grundsätzlich vor einer kreuzung hier vorfahrt von rechts also rechts vor links ganz normal nicht zu verwechseln mit der einzel vorfahrt welches ja diese rakete abbildet x ist einfach nur achtung kreuzung rechts vor links an der nächsten kreuzung gilt die vorfahrt regel rechts vor links an der nächsten kreuzung endet ein verkehrsberuhigter bereich an der nächsten kreuzung habe ich vorfahrt genau also nur rechts vor links ok da vorne scheint es etwas enger zu werden da kommt eine unterführung wir haben einen radfahrer pass auf den radfahrer auf der verbirgt sich gerade hinter dem motorrad es wird enger da vorne kommt auch der lkw entgegen und dementsprechend werden wir uns das überholen jetzt verkneifen so welches verhalten ist richtig beschleunigen nach links ausscheren verzögern wir verzögern verzögern heißt einfach bremsen langsamer werden wer hält falsch das weißt du hoffe ich also das halten nach dem verkehrs nach dem fußgängerüberweg ist erlaubt so wie der rote steht vor dem fußgängerüberweg musst du mindestens güte fünf meter fünf meter abstand lassen also der gelbe pkw hält falsch sie fahren ein kraftfahrzeug mit manuellem schaltgetriebe wodurch kann beim fahren eine vermeidbare lärmbelästigung entstehen gut hier schlagwort manuellem schaltgetriebe also so wie du es in der fahrschule meistens hast durch schnelles fahren in niedrigen gängen durch unnötig starkes beschleunigen durch schadhafte schalldämpfer manchmal bekomme ich so fragen wie lerne ich am besten und du musst einfach im richtigen flow sein wenn du merkst du machst die ganze zeit fehler und du merkst du du lernst einfach nicht du merkst ja nicht das was du versuchst zu lesen oder sowas hat mach eine pause versuchst in der stunde noch mal oder machst an einem anderen tag ich mache es die ganze zeit fehler ich merke selber ich bin einfach nicht gerade in diesem monos wo ich richtig aufnahmefähig bin jetzt muss ich erst mal überlegen fahren schnellen gang hohen gang niedrigen gang was passiert da wann ist der motor laut okay so also es geht um lärmbelästigung wenn ich schnell fahre in einem niedrigen gang das bedeutet zum ersten zweiten dritten dann haben wir eine hohe drehzahl nicht eine hohe drehzahl ist das auto natürlich auch sehr laut durch unnötig starkes beschleunigen das ist natürlich auch richtig das verbraucht auch sehr viel kraftstoff dementsprechend ist auch der motor sehr laut durch einen schadhaften schalldämpfer ja gut das klingt ja schon gut ne schalldämpfer und hier lärmbelästigung top welches verhalten ist richtig aber wieder eine sehr komplizierte frage eine abknickende vorfahrt straße die nach rechts weitergeht der motorradfahrer bleibt auf dieser abknickenden vorfahrt straße wir wollen sie verlassen was der gelbe da vorne macht ist uns ja egal denn wir sind ja auf der vorfahrt straße aber wir kreuzen uns mit dem motorradfahrer dementsprechend müssen wir den motorradfahrer zuerst fahren lassen danach fahren wir als letztes natürlich der gelbe ich muss das gelbe fahrzeug nein ich darf vor dem gelben hier auf jeden fall ich muss das motorrad muss ich vorbeilassen ja fünf fehlerpunkte vorfahrts frage ganz klare sache welches verhalten ist richtig manche denken schienenfahrzeuge haben immer vorfahrt das ist quatsch wir sind auf der vorfahrt straße traktor interessiert uns demnach überhaupt nicht es geht jetzt nur um die straßenbahn wir biegen ab straßenbahn fährt geradeaus weiter das heißt wir müssen der straßenbahn vorrang geben ich muss die straßenbahn durchfahren lassen ja ich muss den traktor durchfahren lassen nein ich darf nicht auf den gleisen warten ist absoluter quatsch sieht zwar gut aus aber ist absoluter blödsinn du musst ja in dem fall auf den gleisen warten sie möchten eine vorfahrt straße überqueren die sicht nach beiden seiten ist durch parkende fahrzeuge stark eingeschränkt wie verhalten sie sich ich überquere die kreuzung zügig ich warne den kreuzenden verkehr durch hupen nicht in deutschland ich taste mich vorsichtig in die kreuzung hinein in deutschland machst du das ganz ganz vorsichtig und schaust erst bis du dir 100 prozent sicher bist dass da keiner kommt in anderen ländern hupen und durchfahren aber hier nicht okay müssen sie sich bei diesem verkehrszeichen verhalten fußgänger überweg ich muss den fußgängern das überqueren der fahrbahn ermöglichen das müssen wir ich darf nicht auf dem fußgänger überweg zum stehen kommen wenn der verkehr stockt das ist richtig ich muss mit mäßiger geschwindigkeit heranfahren wenn fußgänger die fahrbahn erkennbar überqueren möchten das ist auch richtig und ein tipp für eine praxis wenn du das nicht machst also wenn du einen fußgänger überweg schnell hin fährst ja du bleibst schon stehen wenn da einer rüber gehen möchte aber du fährst einfach ziemlich schnell hin dann sieht das der fußgänger der hat angst darüber zu gehen der möchte über den fußgänger überweg drüber gehen aber er sieht dass er so schnell angerast kommt und dann traut er sich nicht und jetzt hast du ein problem weil du weißt du musst ihn drüber gehen lassen er will aber gar nicht oder er will schon aber er traut sich halt nicht weil du so schnell angefahren kommst und dann kann sich eine blöde situation ergeben denn der prüfer sieht es natürlich und irgendwann denkst du dir ja gut wenn der fußgänger nicht über die straße geht dann fahr ich halt weiter und dann ist die prüfung natürlich vorbei also geschwindigkeit dementsprechend anpassen worauf weist dieses verkehrszeichen hin wir haben ein gelbes verkehrszeichen gelbe verkehrszeichen grundsätzlich für landstraße auf eine nummerierte tiefgarage auf eine nummerierte umleitung auf die u-bahnlinie 3 ja gut also umleitung ja ganz klar wann sollten sie bei ihrem pkw die bremsanlage überprüfen lassen wenn mein pkw bei einer bremsung nicht in der spur bleibt wenn mit meinem pkw eine gefahr bremsung durchgeführt wurde wenn die bremskontroll leuchte während der fahrt aufleuchtet also bremskontroll leuchte ist rot demnach solltest du sofort in die werkstatt ich würde das auto auch abschleppen lassen rot ist farblos nicht weiter rot ist gefahr wenn ein pkw bei einer bremsung nicht in der spur bleibt das heißt bremst und das auto zieht in irgendeine richtung erst nach links weg nach rechts weg und das ist natürlich auch richtig wenn mit dem pkw eine gefahren bremsung durchgeführt wurde das ist falsch eine gefahren bremsung machst du in einer fahrschule öfters und stell dir mal vor nach jeder fahrstunde müsste ja die bremsanlage geprüft werden es wäre ein bisschen viel wenn jugendliche bei nächtlichen freizeitfahrten am wochenende ein fahrzeug führen kommt es häufig zu schweren verkehrsunfällen welche ursachen können dabei eine besondere rolle spielen ihr seht der reiter ist jetzt automatisch vom grundstoff unten auf den zusatzstoff gesprungen die fragen aus dem grundstoff sind ja für motorrad auto lkw dieselben und die für den zusatzstoff jetzt in dem fall klasse b bekommst du nur wenn du den in dem fall den autoführerschein machst so wir müssen uns tatsächlich ein bisschen beeilen nur noch zehn neun fragen und noch 13 minuten zeit das heißt ich darf jetzt nicht so viel quatschen also wenn du jugendliche bei nächtlichen fahrten am wochenende ein fahrzeug führen kommt es häufig zu schweren unfällen welche ursachen können dabei eine rolle spielen also hohe risikobereitschaft ja zögerliche fahrweise nein das kreuzen wir nicht an aber eine unangemessene geschwindigkeit dieses verkehrszeichen bedeutet ende einer kraftfahrstraße einer kraftfahrstraße also wenn dieses rote der rote balken nicht da wäre dürfen zum beispiel nur kraftfahrzeuge fahren die schneller als 60 km h schnell fahren können genau wie auf der autobahn und das ist das ende einer kraftfahrstraße und auf gar keinen fall ein verbot für kraftwagen weil du weißt rund und rot ist verbot und das ist alles andere als rund und rot welche kraftfahrzeuge dürfen in die so gekennzeichnete umweltzone einfahren kraftfahrzeuge die die anforderungen an eine grüne feinstaub plakette erfüllen auch wenn keine solche plakette angebracht ist kraftfahrzeuge mit einer grünen feinstaub plakette kraft räder ja gut also natürlich nur kraftfahrzeuge die diese grüne plakette haben aber auch krafträder und die krafträder also motorräder roller und so weiter die brauchen diese plakette nicht also da dürfen alle motorräder zum beispiel in diese umweltzone einfahren video fünf fehlerpunkte wahrscheinlich irgendwas mit vorfahrt wir fahren 70 ist erlaubt auf einer vorfahrtstraße außerorts von rechts kommt ein radfahrer ist wahrscheinlich um den motorradfahrer der versteckt sich gleich hinter den transporter ja ok transporter biet links ab wir wollen auch links abbiegen im prinzip wenn wir das ja gleichzeitig machen aber hinter dem transporter haben wir im video gesehen dass noch ein motorradfahrer unterwegs war und warum müssen sie vor dem links abbiegen warten wegen des motorradfahrers nicht wegen des radfahrers ihr könnt mir auch mal in die kommentare schreiben ich habe es die kamera ja von rechts nach links umgepackt dann schaue ich nämlich so richtung fragen ist es vielleicht irgendwie besser ich dachte mir das wäre irgendwie besser weil als ich die kamera da hatte habe ich ja immer praktisch in die andere richtung geschaut und so ist es vielleicht ein bisschen harmonischer ja schreibt in die kommentare ob das ist besser ist und wie gesagt oben oder unten während sie in einem verkehrsstau stehen sehen sie im rückspiegel wie sich ein motorradfahrer an der wartenden fahrzeug schlange vorbeischlängelt wie verhalten sie sich ich sorge dafür dass auch er anhalten muss das wäre so ein typisch deutsches verhalten müsste man eigentlich fast ankreuzen oder so eine deutsche führerschein prüfung ich rupe und notiere sein kennzeichen ja oder sowas ich lasse ihn vorbeifahren also lässt ihn vorbeifahren fertig worauf weist dieses verkehrszeichen hin ja gut h h h ist wasserstoff oder denke schon ja ja auf eine erdgas tankstelle auf eine wasserstoff tankstelle auf eine autogastankstelle also h2 müsste wasserstoff sein h2o h ja wasser aufgrund mehrere verstöße innerhalb der probezeit hat die behörde die teilnahme an einem aufbau seminar angeordnet der fahranfänger kommt dieser anordnung nicht nach womit muss er jetzt rechnen also kurz gesagt in einer probezeit machst du blödsinn dann wirst du zu einem aufbau seminar gebeten du gehst nicht hin was passiert mit dem entzug der fahrerlaubnis mit zusätzlichen punkten im fahreignungsregister mit einem bußgeldbescheid boah das ist eine gute frage ja also kommt darauf an wie viele punkte du hast aber grundsätzlich kann deine fahrerlaubnis warte mal warte mal warte mal also bußgeld zwei fehlerpunkte naja mit zusätzlichen punkten zusätzlichen punkten wenn du nicht hingehst ob du zusätzliche punkte bekommst ich glaube nicht entzug der fahrerlaubnis also entzug der fahrerlaubnis wäre schon ziemlich krass allerdings wenn du zu einem aufbau seminar gebeten wirst dann hast du ja auch schon ziemlich krasse sachen gemacht aber ich glaube deine fahrerlaubnis wird nicht entzogen mit zusätzlichen punkten ich weiß nicht wo sie sich das hernehmen ich glaube ich würde jetzt einfach mal bußgeld sagen die pkw fahren mit etwa 30 kilometer pro stunde dürfen sie beide noch vor der kurve überholen nein weil der helle pkw zum überholen ausscheren könnte nein weil die unterbrochene linie nicht überfahren werden darf immer die ganze antwort lesen nein weil ihr überholweg zu lang würde ja also eins und drei natürlich darfst du die die gestrichelte linie überfahren aber das ganze würde vor der kurve nicht mehr funktionieren wozu führt das hören von lauter musik vor allem mit extremen bässen im auto blinde erkennen dadurch leichter den verlauf der fahrbahn die aufmerksamkeit des fahrers wird erheblich beeinträchtigt in der nähe solcher fahrzeuge verlieren blinde die orientierung ja also die orientieren sich nicht damit so wie fledermäuse sondern sie können die orientierung verlieren und natürlich auf die aufmerksamkeit des fahrers könnte damit in mitleidenschaft gezogen werden so wir haben alle fragen durchgemacht wir geben den bogen mal ab sechs minuten noch schauen ob wir diese zwei fehlerpunkte kassiert haben und ob wir die prüfung überhaupt bestanden hätten ja tatsächlich die zwei fehlerpunkte haben wir jetzt bin ich gespannt war das überhaupt die frage ja das war die frage hier nummer acht ähm dann sag ich nee fahrerlaubnis entzogen punkte tatsächlich mit dem entzug der fahrerlaubnis nicht mit bußgeld sondern mit dem entzug der fahrerlaubnis also praktisch ist noch relativ günstig okay also der führerschein wird dir einfach weggenommen gut aber ansonsten wir haben die prüfung bestanden herzlichen glückwunsch wenn dir das video gefallen hat würde ich mich sehr freuen wenn du das mit einem daumen nach oben tolerieren würdest wenn du noch weitere hilfe benötigst unten unter dem video in der beschreibung findest du einen link zu einem video kurs da stehe ich vor einem whiteboard und erklär dir fünfeinhalb stunden die themen die in der theoretischen prüfung drankommen auf was du achten musst und welche fragen ein bisschen tricky sind und wenn du gut durch zuhören lernen kannst dann würde ich noch das hörbuch empfehlen da habe ich einen sprecher engagiert der die fragen mit den passenden antworten vorliest und die kannst du dir immer und immer wieder anhören für auto und für den motorrad führerschein also klasse a und klasse b auch unter dem video in der beschreibung gut ansonsten würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video wieder und falls du den kanal noch nicht abonniert hast und weitere videos sehen möchtest dann abonniere doch noch den kanal bis dann